Hallo, hier ist Naruto986, herzlich willkommen zu Naruto Shippuden Item Ninja Storm Revelations zu Part 12 Wir haben jetzt den neunschwänzigen Fuchs von Mecha Naruto besiegt und machen jetzt in der nächsten Runde weiter, wo wir Mecha Naruto gerettet haben mit Naruto Und jetzt bin ich wieder still, weil wir uns das da nämlich mal anhören Nein, ich will das nicht akzeptieren Das kann nicht passieren Aktivierung confirmiert, finales Gerät aktiviert Oh oh, so ein Schwein Was macht er? Was kommt hier jetzt? Oh oh Das ist gar nicht gut, überhaupt nicht gut Du verstehst, was passiert, nicht? Du hast das nicht gemacht, das Gerät? Das ist doch nicht Ja, ich aktiviere das Selbstdestruktive Gerät Das ist so stark Das ist so stark Das ist so stark Das ist so stark Nein Ich will nicht alleine disappear Du wirst alle mit mir sterben Das stimmt Das bestimmt nicht Er lacht so blöd Das ist ganz schön Ja Ich will nicht Stop it, right? There's no... There's no way to stop it once the device is activated. No! So what? I'm not giving up yet! There must be a way! What's going on? I think the effects of the Jutsu are starting to wear off! No! Then... Naruto, Miss Hinata. Hey! There must be something, anything! Say it! Sorry. There really is no way. Really? No! Damn it! Really! I can't even say it! Really! My goodness! Not good! Not good! You came back! Yeah, you know, yeah. Ino! Send me back in again! I'm sorry. My chakra. Hey, what's going on? Something doesn't look right with Mecha Naruto. So... Self-destructive device activated. Self-destructive device? Yes. Not even Mecha Naruto could stop it. I know. Ino! Get away from here quickly! Let everyone else know too! Ich bin weg hier, komm! Naruto, ich bin sorry, aber du kommst auch! Wenn wir nicht die Selbstdestruktionen verhindern, dann gibt es nichts anderes, was wir hier tun können. Aber ich... Aber... Er ist richtig. Du? Ich kann nicht mehr so gehen, also weg von hier, so weit wie möglich. Es ist nicht viel Zeit left. Megan, Naruto! Frau Hinata, ich bin glücklich, dass du dich kennst. Danke. Nein, nicht so sagen! Ich bin glücklich, also, bitte, geht's. Aber... Naruto, Naruto, Naruto! Koko Morte. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Du bist besser. Ein Idiot, ein Idiot. Gettet mich über mich über mich über mich? Ich bin glücklich, ich bin glücklich, wir sind Freunde! Freunde... Ich habe nur mit Vites gekauft, aber jetzt, das Wort fühlt sich sehr gut. Aber es ist wirklich kein Weg. Mein Körper ist auf seine Grenze. Ich kann nicht mehr, das Gerät kann nicht mehr deaktiviert werden. Es gibt nichts, was zu tun kann. Wir können immer ein neues Körper machen. Ten-Ten ist wirklich skilled, so sie kann wahrscheinlich mit etwas kommen. Und wenn es etwas anderes ist, dann wird jeder helfen. Oh, verdammt. Was? Oh, oh. Time's up. This is the end. Come on! Go, please. Warum schon, Naruto? Mach was. Ich gebe mich auf. Ich will nicht aufgeben. Ich werde es nicht. Er ist endlich weg. Es war so eine kurze Zeit, aber so viel hat passiert. Ich habe ergeriert, verurte und beobachtet. Oh, verdammt. Aber ich kann nicht mehr. Ich werde meine Erinnerungen verlieren. Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, ich werde es nicht zulassen. Glaub mir das. Ich werde etwas machen. Ich weiß nicht was, aber was werde ich tun? Nein. Verdammt. Ich will nicht, was zu meinem Körper passiert, aber die Erinnerungen, die ich habe erzielt. Ich will nicht, diese Gedanken meiner Meinung verlieren. Nein. Es dauerte lange genug, um deine echte Gefühle zu sprechen. Wo ist er? Ich wusste was, was du schon gedacht hast. Da ist er. Naruto. Ja. Auch wenn dein Körper weg ist. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Du bist ein guter Freund. Ein sehr, sehr guter Freund von uns. Vergiss es. Und? Und? Leute, ihr sagt jetzt nicht, dass das das Finale war, ach komm, das ist nicht euer Ernst, das ist schon das Finale gewesen? Das ist nicht euer Ernst gerade jetzt, ey Leute, wirklich, das ist nicht euer Ernst, so kurz, warum ist das so kurz? Hallo? Das ist nicht wahr, dass ich die Story schon durch habe, ey Leute, echt, das ist nicht euer Ernst, das ist nicht euer Ernst, dass das jetzt alles war, von der Story, ey komm, das ist doch nicht euer Ernst, das ist doch nicht mehr, witzig, ey, äh, das war ja, das schluss, das war jetzt, Das war ja doch viel zu kurz. What the hell? Alter, ey, das ist doch jetzt eine Verarsche. Da gingen ja die anderen Spiele ja länger. Da gingen ja Naruto, Alter, mit Ninja Storm, Naruto Shippuden mit Ninja Storm 4 ja länger. Oder, ähm, Storm 2. Oder 1, 3. Generation. Da geht das ja schon länger. Da geht das Revelation ja schon. Da ist ja das wie zu kurz an. Aber was soll das? Das ist nicht ja gerade euer Ernst, so was. Hm. Da gibt es noch die normale, ähm, Turnier-Story, aber die lassen wir komplett erstmal weg. Die werde ich vielleicht einmal nachholen. Aber das lasse ich jetzt momentan. Das ist jetzt nicht gerade euer Ernst. Das schau, dann. Ich muss mich aufs. Ich muss mich aufs. Ja. Das ist nicht da. Über was. Ich muss mich aufs. Das ist nicht da. Über was. Ich muss mich aufs. Also da hinten ist die Story ruhig länger machen können, länger ziehen können. Hä, das andere ist nur ein Turnier, was will ich auf einem Turnier kämpfen, das ist doch Blödsinnig, okay, vielleicht um die anderen freizuspielen, okay, aber die anderen Charaktere freispielen und das, das kann ich noch zeigen, das lasse ich momentan. Ich habe jetzt erstmal die Story beendet, was ich beenden wollte, das war's. Vor Narutus Spurten an Ninja Storm Revelations, ich fange jetzt danach noch, nicht gleich danach, aber ich werde ein neues, ich werde ein weiteres Display anfangen, ich fange dann mit Harry Potter an. Die, wenn ich die beiden Harry Potter durchhabe, mache ich mit den Narutus weiter. Aber, ich werde noch, das ist, das ist zufällig Parts, finde ich. Aber egal, ich lasse noch ein paar, ich lasse noch die paar Videos da mitlaufen und dann, naja, dass wir dann ein bisschen was zusammenkriegen. Den Rest, den lassen wir dann. Das sind halt Geschichten, keine Parts, aber ich tue sie als... Sorry Leute, aber ich würde sie als Parts halt einzeichnen und kennzeichnen. So. Ich hoffe, das war's jetzt von den Cutscenes. Ah, okay, gut, dass ich sie nicht abgebrochen habe, aber geht ja noch weiter. Hier. Geht's gerade noch weiter. What? What? Naruto! 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 You're alive! I'm so glad! Naruto! Hey! I'm... Oh yeah! I was blown away and... that's why I told you to get out of there. Stop worrying us. Sorry. And? How did it go? I was only able to save... this. Naruto. I... couldn't save him. Wait. Hmm? You did it, Naruto! There's still hope! Not Naruto. Doch! The explosion really hurt. I can't hold my arms. And my feet are... Wait. Why am I... Like a little puppy. Like a puppy. It worked! I'm so glad. You're back again, my Konarodon. What? What's going on? Why? I exploded and... Mhm. Calm down and take a look at yourself. What? 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 What is this? What is this? Hi! You better think Naruto. He's the one who carried your doll around. That's why you were able to come back. I see. You put the mental stone in the doll. That's right! I see. So... I... didn't die then? No. What? Are you crying? I'm... not crying! I'm crying! Huh! Now then. Let's go home. There's a lot of things to take care of. End of good, all is good, can I say. Aww... We're probably gonna be in tons of trouble for disobeying orders. Oh, come on, Sakura! All in all, it is a happy ending, right? What? Happy ending? My body... My awesome body is gone! And now I'm a... Pipsqueak! Look, just accept it, will you? I'll check with my friends and see if we can get your body built. R... Really? Um... Was the doll not good after all? Oh, no! That's not what I was saying! Oh, being mean to Hinata now? You're such a jerk! No, no! Don't say things like that! Um... No fighting, okay? Yes, I understand! Here we go again! Fickle! That must be your specialty! Well... It's at least one thing I can't beat you at! What? Are you trying to pick a fight with me? Again? No, Mega Naruto! Naruto did help you! I understand! I understand! I understand! But I don't want to lose to Naruto! Once I get my body, I'll prove that I'm better, for sure! Alright, let's do it then! Well... What do you think? That's really a good one! Are you? Thank you! Okay, please! We have nothing I... just wanted to say that because Na ja, Freunde... Sie haben eine Trophäe verdient, mein erster Freund. Also benutzen dieser Charakter als Verbündeter-Ninja-Welturnier als Hilfe in... Mecha-Naruto. Alle übrigen Intems-Worten ausgetauscht. Mecha-Naruto-Puppe. Speichern. Mhm. Das ist es! Und dann haben wir noch die Ninja-Welturnier-Story, aber... Puh. Das ist Blödsinn, das auch noch zu machen, die Story, die... Ja, die Ninja-Welturnier-Story, die kann man mal machen, aber das lassen wir mal. Oh, mein Kampf. Jetzt machen wir noch die Ninja-Eskapaten. Aber ich will mal gucken. Ich will mal grad gucken, ob wir hier vielleicht ein Ding haben. Dieses... 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 Story von Ninja-Weltdings, das können wir noch nachholen, aber das lass ich mal. Das können wir noch nachholen, aber... Wir lassen's jetzt erst mal. Wir lassen's jetzt erst mal. Ja. 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 Jeśli nimm-D-Weltner-Story es tut... Ja, da gibt es noch viele Charaktere, die fehlen, klar. Okay, gut, dann beinne ich jetzt hier den Part, wir sehen uns im nächsten Part, wir sehen uns im nächsten Part 1,1986, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, das wird nämlich nicht von euch, Dankeschön, auch wiedersehen, bis gleich. Vielen Dank.